Ich zeig euch heute noch ein Spiel namens Smashing, das ist auch so geil. Ja, ich zeig euch mal für euch eine Runde. Okay, Start, Start. Ja, ich zeig euch mal. Oh no. Ich kann ganz perfekt sein für alles. Aber man muss es schon kennen. Das ist bei den Türen, das ist von mir als von mir. Wenn man immer durchgehen kann, dann bekommt man, wenn man zehn Kugeln absuchen, wenn man die blauen Dinger, die man bekommt, dann bekommt man ja frei. Und wenn man Lust hat, dann kann man so viele Wände schießen. Wenn man nicht, muss die Zeit weggehen, muss das halt. Ja, dass die Zeit weggehen. Und ich schlaue. Und ich schlaue. Und ich mache jetzt Zeit weg, und ich finde, da muss ich denn immer zeigen, ob ich das wirklich ist. Ich sehe euch mal im able, mitgebenen Fahrzeugnis zu arbeiten, das einzige, was ich riskiere. Für einen Sportartistik muss ich das mache. Das ist noch ein Schatz mit dem Dramatischen. Ach, das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das ist ein Schatz. Ok, jetzt besser. Ja, das war's. Das Spiel heißt doch noch Merkel. Spiel bis ich verliere jetzt. Das war gay. Gay. Ich hab zweimal auf einmal. Gay. Gay. Das war's gay. 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 Das war's für heute.